Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibachsmeerwasser zu einer neuen Folge in der Serie, kurz erklärt. Heute geht es sich um das Überkochen des Abschäumers, wo es herkommt, welche Ursachen es haben kann. All diese Kleinigkeiten, bis gleich. Ja, das Überkochen des Abschäumers ist das, was jeder von uns garantiert schon zigmal erlebt hat. Und es gibt da auch sehr viele, ja ich sag es mal, Ursachen für, die das verursachen können, dass er überkocht. Und genau das wollen wir jetzt hier mal so ein kleines bisschen, ich sag mal, rauseroieren, euch sensibilisieren, euch sagen warum, weshalb, wieso das passieren kann. Damit man, wenn sowas wieder auftritt, auch dementsprechend im Vorfeld vielleicht entsprechend reagieren kann. Grundsätzlich ist es so, dass der Abschäumer immer dann überkocht, wenn der Topf wahrscheinlich schon mindestens, wenn nicht noch mehr, voll ist. Und dann, ja, im Prinzip die ganze Mocke, die da drin ist, auf gut Deutsch gesagt, wieder zurück ins Technikbecken kommt. Und dann ist das eine Never-Ending-Story. Hatte ich euch schon mal in dem, ja, in dem kurz erklärt zum Abschäumer selber, was der tut, etc. macht, bringe ich euch mal oben hier mit rein. Könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. Aber die eigentlichen Punkte, um sowas zu verhindern, sprechen wir jetzt mal an. Also, grundsätzlich ist es so, ein Abschäumer neigt dazu, überzukochen, wenn er dementsprechend zu viel Verbindungen hat, die zu viel Schaum produzieren können. Um das jetzt mal ganz laienhaft zu, ja, zu auszudrücken. Problem an der Sache ist, welche sind das? Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Ähm, das Gerät ist zu lange im Gebrauch gewesen, ist zu lange nicht richtig gewartet worden. Und wir haben Probleme bei der Luftzuführung. Die Luftzuführung ist grundsätzlich, ähm, je weniger Luft zugeführt wird, desto höher steigt der Wasserstand im Endeffekt im Abschäumer. Dadurch, weil halt nicht mehr, ja, dieses Luft-Wasser-Gemisch nicht mehr anders, ähm, nicht mehr das richtige Verhältnis hat. So, wenn weniger Luft zugeführt wird, steigt der Wasserstand und somit kocht dann, steigt dann auch mein Blasenlevel nach oben und dementsprechend kocht dann der Abschäumer über. Das heißt, wir sollten die Luftzufuhr überprüfen an der Düse. Es gibt viele Abschäumer, die, äh, man regelmäßig überprüfen sollte, gerade an der Lufteinzugsdüse unten. Da kann sich dann schon mal eine, ähm, Salzkruste, äh, entwickeln. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich den Abschäumer abstelle, dann setzt sich in diesem, in dem Luft, in der Luftzufuhr, setzt sich, äh, mehr Wasser ab. So, schalte ich das Ding wieder an, wird das Wasser rausgezogen, durch den Luftzug wird es getrocknet und was bleibt zurück? Eine Salzkruste. Diese Salzkruste verjüngt uns oder, äh, verengt uns halt unsere Luftzufuhr. Weniger Luftzufuhr heißt höherer Wasserstand, das kann zum Überkochen führen. Wäre Punkt eins. Der nächste Punkt wäre, ähm, wenn mein Abschäumer zu nass eingestellt ist. Jetzt sagt er, ja, er soll ja auch einiges rausholen. Ja, ist richtig. Aber, wenn er jetzt zu feucht eingestellt ist, also euch viel Material, nassen Schaum rausholt, dann, ähm, ist natürlich die Problematik, dass wenn irgendwas das System beeinflusst, von außen, wo wir gleich noch zu kommen, dass er dann sehr viel schneller überkocht und, äh, überschäumt, als wie, wenn er trocken eingestellt wird. Natürlich wird das wahrscheinlich seinen Grund haben, dass ihr den nass eingestellt habt, aber dann müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass die entsprechenden Voraussetzungen, die dann halt, äh, zum Überkochen führen, die ich euch gleich noch erzählen werde, ähm, grundsätzlich vermieden werden oder ihr den Abschäumer dann zu diesem Zeitpunkt ausschaltet. Kommen wir zu den Punkten, die unseren Abschäumer tatsächlich dazu bringen können, ähm, noch überzukochen. Ähm, ein Punkt fällt mir gerade noch ein, und zwar die Motorleistung. Grundsätzlich sind unsere Abschäumer mit, äh, überdimensionierten Motoren ausgestattet, in der Regel. Das kenne ich von Royal Exklusiv, das kenne ich von Aquabie, das kenne ich von Aquamedic her. Ähm, die regelbaren Motoren haben die Möglichkeit, sodass wir unsere, unsere Motorleistung optimal einstellen können. Ich weiß es von den Royal und vom Aquabie her, dass sie so in einem Bereich zwischen 60 und 80 Prozent am effektivsten laufen. Also sprich, ein, ein, das effektivste Blasenbild, ähm, erreichen bei einem entsprechenden Wasserstand, die der Hersteller dann halt vorgibt. Wenn wir jetzt hingehen und diesen Abschäumer, ähm, auf Volllast laufen lassen, also sprich, so richtig viel Wasser und richtig viel Luft reinbringen, dann kann es sein, dass das System das nicht mehr so richtig verarbeiten kann. So, wir haben sehr viel Wasser, wir haben sehr viel Luft in unserem Body drin, und, ähm, das muss ja irgendwo hin. Einmal natürlich die Luft nach oben raus, da wo auch dann das Absorbat oben, ähm, rauskommt. Und, ähm, ja, andererseits das Wasser. So, wenn wir jetzt Abschäumer haben, die in irgendeiner Weise blockiert sind oder nicht so richtig das ein oder andere abführen können, kommt es natürlich auch schneller dazu, genauso wie bei der Verstopfung der, äh, Luftzufuhr, dass der Wasserstand steigt und dass mein Abschäumer überkocht. Das sind also auch Leistsachen, wo man drauf ein, äh, ja, wo man drauf achten muss. Wenn ich einen Abschäumer einstelle, es ist nicht immer gut, das Ding auf Volllast laufen zu lassen. Mehr ist nicht immer besser. Von daher auch, probiert es aus, also ich weiß es von, von den Aquabino- und Royal-Geräten, dass die noch nicht mehr auf Volllast laufen müssen, ähm, weil sie einfach bei einer gewissen, äh, Motorleistung das beste Ergebnis kriegen. Jetzt kommen wir aber zu den Dingen, was neben den technischen Voraussetzungen, äh, zum Überkochen, ähm, dann noch eingreifen kann. Also wozu unser Abschäumer dann noch zum Überkochen neigt, wenn ich was entsprechend am Becken oder im Becken mache. Ja, die Sachen, die unseren Abschäumer beeinflussen können, sind grundsätzlich, ja, ich sag mal, biologischer Natur. In irgendeiner Form wird das Blasenbild da verändert. Es wird mehr Schaum produziert in dem Moment. Und in der Regel ist es so, Leute, die mit, ähm, ich sag mal, Filtervlies arbeiten, beziehungsweise Watte, Filterwatte, so, nicht Filtervlies. Äh, Filterwatte arbeiten, haben das Problem definitiv. Wenn ich frische Filterwatte ins System einbringe, und das in der Regel natürlich vor dem Abschäumer, klar, logisch, weil er soll ja erstmal den groben Dreck rausfiltern und der Abschäumer soll dann, äh, den biologischen Rest rausholen, ähm, dann kommt es definitiv dazu, dass der Abschäumer überquillt, beziehungsweise überschäumt. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, in dieser Watte sind noch Produktionsreste drin, äh, irgendwelche Stoffe, die halt dann dazu führen, dass der Abschäumer überkocht. Wie kann ich das verhindern? Relativ einfach. Ich gehe hin und wasche meine Watte vernünftig aus. Einmal unter normalem fließenden, äh, Wasser, äh, aus der Wasserleitung und spüle sie anschließend mit Osmose oder altem, äh, Salzwasser nochmal kräftig durch. Und danach ist die Gefahr, dass diese Watte überschäumt, also dass die Watte die Ursache dann ist fürs Überschäumen, ähm, ja nicht ganz bei Null, aber es ist definitiv sehr stark reduziert. Also nicht ausgewaschene Watte. Was haben wir noch, was das beeinflussen könnte? Ist Aktivkohle. Aktivkohle, die ich frisch ins System einbringe, die natürlich im Vorfeld gewaschen wurde, klar, logisch, hat aber auch den Effekt, dass mein Abschäumer überkochen kann. So, jetzt ist es eine Sache, wo positioniere ich meinen Aktivkohlefilter? Ähm, es gibt genug Systeme, wie zum Beispiel bei meinem Reefer, da sind die Cups drin, da geht man hin, Säckchen, die Aktivkohle rein und, ähm, ja, aufgrund der Reihenfolge ist es dann so, dass die Aktivkohle vor dem Abschäumer steht und dann fängt das Ding auch an, über zu kochen. Gleiches Spiel, ähm, da muss man dann halt den Abschäumer in dem Moment ausschalten, das Ganze ein bisschen durchlaufen lassen und nach einer gewissen Zeit, 15, 20 Minuten, in der Regel kann man den Abschäumer wieder anstellen, dann kocht der auch nicht mehr über. Also, bei Aktivkohle kann das passieren, bei Watte kann das passieren, ähm, kommen wir zu den Sachen, die wir in unsere Becken grundsätzlich reinkippen. Ähm, einerseits ist das natürlich unser Versorgungssystem, bei dem sollten wir dann auch schauen, dass es nach Möglichkeit hinter dem, ähm, hinter der entsprechenden, ähm, hinter dem Abschäumer so, äh, eingeführt wird, aus dem ganz einfachen Grund, äh, zugeführt, einführen tun wir mal was anderes, ähm, ja, ähm, hinter dem entsprechenden Abschäumer, aus dem ganz einfachen Grund, die ganzen Inhaltsstoffe, die wir in unserem Versorgungssystem haben, egal welches es ist, ob es jetzt Balling Light, äh, Essentials Plus, Sangokai, Triton, etc., pp., da sind ja gewisse Sachen drin, die wir nach Möglichkeit nicht durch den Abschäumer schicken sollten, in seiner konzentrierten Form, weil die dann natürlich auch schon vielleicht ausgetragen werden könnten. Also sollten wir schauen, dass die Zuführung und die Dosierung unserer Spurenelemente, unserer Versorgungssystemsachen, Vitamine, etc., was wir alles ins Wasser geben, nach Möglichkeit hinter dem Abschäumer machen. Am besten in die Klarwasserkammer, wo unsere Pumpe steht, was direkt angesaut wird, ab oben ins System. Kommt erstmal gar nicht, erstmal gar nicht mit dem Abschäumer in Verbindung und somit ist die Gefahr, dass dort dann dementsprechend die Ursache liegt, dass das Ding überkocht, erstmal fast auf Null. Ja, ihr merkt, überkochen, Abschäumer, kleine Ursache, große Wirkung, gerade wenn das Ding voll ist und man nicht drauf geachtet hat und der ganze Mist wieder ins Becken reingeht, ist natürlich weniger schön. Aber es sind alles so diese Kleinigkeiten, wo wir halt drauf achten müssen, damit unser Becken und unser System und unsere Technik vernünftig funktioniert und ja, ich hoffe, ich konnte euch das ein kleines bisschen näher bringen und solltet ihr auch noch Anmerkungen haben oder gemerkt haben, dass es noch bei anderen Situationen dazu kommen kann, dass das Ding überkocht, schreibt es mir doch runter in die Kommentare. Ich kann ja nicht alles wissen, aber ich versuche es halt. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag, abends oder nachts oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Weifer. Ciao. Ciao.